Hallo, hier vom Veggie Street Day in Dortmund. Ich möchte euch mal kurz die Susi vorstellen, unser toller Azubi. Sag mal hallo. Hi. Was machst du bei Granite hier? Ich mache eine Ausbildung zur Bürokerfrau. Als was? Also, was für ein Lehrjahr? Im ersten. Und wie findest du deinen Chef? Natürlich sehr gut. Optimal. Guter Azubi. Und Abflug. Ja, bis jetzt, die Arbeitsbedingungen bei uns sind sehr gut. Die Laune immer auf einem Level hier. Und, tschau. Und weiter geht's. Der nächste Stand. Hi. Hi. Und? Was? Und? Gut. Läuft? Ja, läuft sehr gut. Wie gefällt's dir vom Veggie Street Day? Sehr gut. Du bist der? Dave. Wir sind Grinality. Bitte? Wir sind Grinality. Ja, das weiß ich. Was verkauft ihr hier so? Was macht ihr? Wir verkaufen Chilis in Kana und ansonsten verteilen wir Informationsbroschüren und haben Buttons. Ja, das, wofür wir hier sind. Eigentlich, um Informationen zu verteilen. Cool. Dann viel Spaß noch euch. Dankeschön. Euch auch. Danke. Danke. Ah, seltsam. Der junge Gunter Gabriel live auf dem Veggie Street Day. Guck mal. Ach, der Byrne. Any time she goes away. Eintausend Sasser. Hans Dampf in allen Gassen. Byrne Muschinski. Okay. Der nächste Stand. Schönen guten Tag. Wir sind Grinality TV. Genau. Ingmar, wer ist Ingmar von euch? Ingmar. Hi, Ingmar. Hi. Wie ihr Name? Hi, Torge. Hi. Und? Wie gefällt's euch hier auf dem Veggie Street Day? Wir sind noch nicht so viel rausgekommen, ne? Ich glaube, das ist Mikrofoninhalten. Wie gefällt's euch auf dem Veggie Street Day? Ja, wir sind noch nicht so viel rausgekommen. Wir machen hier ja Stand, ne? Ist ja fast nichts los oben. Haha. Ja, super. Nein, nein. Ist die Hölle los, ja? Ja, nee. Also, ja, bisher sieht's ganz gut aus. Es sind eben viele interessierte Leute hier und wir konnten sogar schon zwei Cupcakes ergattern, bevor sie weg sind bei Kim Wonderland. Also von daher geht doch. Ja. Dann wünschen wir euch noch viel Spaß. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen Luft, dass ihr rauskommt. Wir geben uns Mühe. Also macht's gut. Ja, macht's gut. Ciao. Ciao. Und weiter geht die Tour. Wo sind wir hier? Programm. Hallo. Fernsehen. Und? Wie läuft's? Geschäft. Läuft gut. Was bietet ihr hier so an? Äh, wir spülen hier nur. Wir nehmen Teller entgegen und geben das Pfand zurück. Auch wichtig. Ja, natürlich. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschüss. Ciao. Und? Super. Läuft. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Ja, hast du immer deinen Lieblingswitz? Ich hab keinen. Du hast keinen Lieblingswitz? Nein. Was heißt das so von Schwaben? Ist okay. 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 Komm, wir gehen weiter. Hast du schon von Weckle aufgeklärt? Ja, Weckle haben wir schon gesagt, warum hier Weckle heißt bei uns, oder? Äh, ich glaube nicht. Aber Weckle kommt von vegan und to display und halt eben zeigen, dass man vegan ist und man darf ruhig stolz drauf sein. Also in Schwaben heißt Weckle Brötchen. Weckle? Ja, Weckle. Das ist ein Weckle. Weckle. Ja, die ist ja Weckle. Lauge Weckle zum Beispiel. Laugen ist lecker. Ist oft auch mit Schweineschmalz übrigens, ne? Laugen? Ja, Laugen. Sind oft mit Schweineschmalz. Okay. Haben wir schon was gelernt heute? Äh. So, der nächste Stand aus Erkorn. Hi. Hallo. Und? Hm? Und? Ja, wie ist es? Was macht ihr hier so? Wir sind von Vegan Strength. Das heißt, wir bieten hier unsere Informationen an, wie man richtig trainiert, wie man stark werden will oder breit werden will und wie man richtig isst. Und gleich auf der Bühne heben wir ein paar Sachen. Cool. Wann seid ihr dran? Um 16.15 Uhr. Dann viel Spaß euch, ja. Wir sind Greenality übrigens. Äh. Hallo. Kennt ihr uns? Bis jetzt noch nicht gehört, obwohl mir das T-Shirt bekannt vorkommt. Ja. Von uns. Wir machen Klamotten. Wir sind irgendwo da oben. Aber viel Spaß euch noch beim Gewicht erheben. Viel Spaß beim Zusehen. Ciao. Wir habenkeit." Ich bin skincare. Wir sind union. Wir sind schon bei uns. Wir sind jung und zwar. Wir sind gute Angetatt ist. Wir Tiger vigil. Wir können zurückgehen. Wir sind Pepperd. Wir sindالم-Wir basketball. Wir sind beim Nachbarn. Aber wir sinddogs online. Ich jetzt NSA500-4-70 statt��ende Gericht precedenswert von Latein passarchen. Untertitelung des ZDF, 2020